Im letzten Video fand die Truppe noch kein Heilmittel, nachdem einem Mann eine Art Wurm aus dem Kopf gezogen wurde. Dieses sollen sie wohl in der Höhle finden. So. Tja. Tja, jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Das machst du mal in die Höhle hin, oder? Zum Eimbeer. Kannst du ja immer noch. Besteht der so zu Eulbeeren? Ich hab da so ne Idee. Ich bin... Tu mal nicht so, als wärst du ein Druide. Ich bin Mönch. Wir sind doch im Einklang mit allem, oder so? Du bist der Mönch der offenen Hand. Das Einzige, was du machst, ist jemandem die Ohrfeigestellen geben. So ein Ding ist das. So, naja, Snow, wenn du weißt, was du tun sollst. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Das ist es. Ich gues wir... ...go inside. Wir gehen rein. Ja, gute Idee. Wir gehen rein. Was kann schon passieren? Was, Sascha? Hop, hopp. Wir gehen rein. Ihr geht vor, ihr könnt mich beschützen. Kleine feige Ratte. Das ist das, das ist das. Hoffall die Ohl, Loot? Oh, ein schwerer Stein. Oh, was Süßes. Nein. Wo ist denn, wo ist denn unser Barbe? Benuffenweg? Der versteckt sich hinter mir. Da ist die Bestie. Digga, das ist aber... Gut. Okay. Ja. André, was hast du dazu zu sagen? Es ist, es ist groß. Es ist groß. Ich bin nicht sicher, dass ich das tun kann. Ein verrückter Symbol schlägt, gemerkt auf ihrem Flecken. Und etwas in dir stirbt in der Antwort. Toleriere keine Freiheit. Ha, 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 ha. Warte. Bragus möchte mit dir sein. Ja. Oh, nein. Komm schon, komm schon, Bragus. Nein. Wir haben vier Inspiration. Ja, ja, ja. Wir müssen die Eben nutzen. Wir müssen die Eben nutzen jetzt. Wenn wir Max sind. Bei Bragus. Besser. So. Also, was ich hier sagen wollte. Feigheit wird nicht. You're right. We can handle this. Easy. Ja, ja. Ihr kriegt das hin. Ja, ihr macht das schon. Wir gehen dann mal. Ihr macht das schon. Ja, ich geh jetzt, ne? Schön, dass du dem Eulenbären ein bisschen nacken kannst. Das ist sehr, sehr freundlich von mir. Der ist verstört. Der Eulenbär. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hat Command gecastet. Krass, wir können einfach rein. Ich will gar nicht. Nein. Äh. Ich wollte jetzt eigentlich nur dem Eulenbären Snack da lassen. Darf ich dem in den Rücken fallen? Und dann gehen? Also, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das erforderlich ist. Ich glaube auch nicht, dass der Eulenbär aufwand wird, gegen uns zu kämpfen. Ich glaube. Wir werden wirklich weg, weg. Ist das denn schon mal passiert? Okay, dann lassen wir es gehen. Ach so. Na gut. Na dann, ähm... Au revoir. Der gesehen hat, war ein Eulenbär-Baby, ist bestimmt viel wert. Aber es ist schon niedlich, okay? Oh mein Gott, Dick. Jo, gut. Sporten. Ah, Mist, ich war noch zu nah dran. So. Ja, ich gehe auch mal aus. Ja, was ist hier? Ich habe kurze Beine. Ah, ah, ah. Ja, du warst noch drinnen. Du kannst einfach fliegen unten rechts. Hm, hm. Dankeschön. Dann bist du jetzt noch raus. Ah, hallo. Hi. Ihr bleibt jetzt, also, ihr bleibt jetzt da rum quasi stehen und guckt zu, oder? Nein, 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 der Kampf ist schon vorbei. Okay. Wer hat gewonnen? Und wer hat gewonnen? Ich glaube... Oh, die kämpfen noch. Aber ich bin nicht mehr im Kampf. Ich kann es gucken. Okay, der Kampf ist vorbei. Nee, noch nicht ganz. Doch, der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Oh, nee, er lebt noch. Okay, der Owlbär hat gewonnen. Gut. So, wie erwartet, wie er hofft. Wir gehen, oder? Es sei denn, jemand möchte das Saloon Pendant mitnehmen. Ja, kannst du das... Kannst du das zufällig? Also, ihr habt doch immer so lange Finger. Ich wollte da hinrennen, aber da ist schon jemand. Er schleicht da einfach lang. Au! Au! Oh, 14, Digger! Guti! Ähm... Das ist gut. 14 klingt aber nicht mehr gut. Oh, das zählt doch CDP. Das ist mehr als Null, ne? Das brauchst du, genau. Ich glaube, das musst du direkt davor lesen. Habt ihr den Owlbär in euren Runs geboxt? Ja. Geboxt? Wie geboxt? Ja, aber umgebracht. Ja, klar. Ich brauch die in der P. Richtig. So ist es nämlich. So, wenn ihr das jetzt direkt davor vorliest, sollte das einfach aufgehen, glaube ich. Digger, 14, was hast du denn gemacht? Hast du angefasst, oder was? Ich hab die Kiste, ich hab beim Looten den falschen Dings angeklickt. Das waren so viele Sachen. Kannst du dich heilen? Ja, 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 natürlich. Können auch Shortresten sein, theoretisch. Ja, theoretisch. Lass uns vor der Dings Shortresten. Ich spiel meinen Shortrest-Song einfach. Ah ja, stimmt. Lass den Shortrest-Song machen gleich. Wir warten vor der Höhle. Der Shortrest-Song hat so ein bisschen was vom Lagerfeuerlied. Ja, dachte ich auch gerade. Nice. So, wollt ihr hin? Möchte denn jemand die Kette haben? Was sind das für eine Kette? Wenn der Träger maximal 50% seiner HP hat, provoziert er keine Attack of Opportunity mehr. Ist einer für den Magier oder für den Badengut? Ich schieb den mal rüber, ja? Nein, 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 ich brauch das nicht. Ich bin, ich kann fliegen. Dann schicke ich den Sascha einfach rüber. Hä? Kann ja auch mal sein, dass du unter die HP-Grenze fällst. So lange du Spasskot hast, bist du besser als nix. Ich hab die von Harajdo an zum Ding sprechen. Gehen wir Richtung Goblin oder was hier? Wie kommen wir zu Karla? Ich würde gerne eine Sache machen, weil wir direkt daneben sind. Ja. Bevor Bo in die Nähe kommt. Ja. Bitte? Ich würde dem Hund niemals was tun. Frag das Eichhörnchen. Welches Eichhörnchen ist es nicht mehr ermöglicht zu fragen? Mit Toten sprechen hat doch auch irgendwer von euch. Nun. Du kannst mit Tieren sprechen schon. Ich hab einen Tank getrunken. Was hast du? Einen Animal-Speak-Tank getrunken. Ah, okay. Was ist passiert? Okay. Ah, jetzt muss ich gut würfeln. Du warst... Oh no, Digga. Ja, Inspiration. Skritt-Fell, ja. Ich war leider zu weit weg für die Guidance. Das war my bad. Digga. Wo Bo mit ihm redet. Ich verstehe. Ich könnte nochmal Innie Inspiration... Ich weiß nicht, was passiert, wenn jemand anders mit ihm redet. Ich glaube, dann kann man es nochmal machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, dann mach einfach nochmal. Ja. Wir haben so viel Innie. Pff. Ah, geil. Wir finden alles raus jetzt. Wir finden alles raus jetzt. Das Positive daran ist, Guidance hätte bei keinem Wurf geholfen. Ja, tatsächlich nicht. Soll ich die letzte auch aufbrauchen? Wir haben noch eine? Ja, klar. Geh all in. Drück den Automaten hoch. Oh Gott. Das gibt's ja gar nicht. Das Ding ist, ne? Eins, fünf, fünf, zwei. Guidance hätte gar nichts gemacht. Das ist ja insane. Mein Charakter hasst jetzt Hunde. What are you doing? Get back. Okay, ich nehme einfach den anderen. Was kann ich noch machen? I'm not an enemy. Ich bin dein Freund. Wirklich. Wirklich. Oder. These wilds crawlen with monsters. You could be one of them. Nur weil ich Hörner habe. Na, dann lass mich das mal machen. Ich kann das nicht. Überall werde ich wegen meines Aussehens. Ich kann ja nicht mit dem reden. Ich geh einfach trotzdem mal hin. Du kannst noch einen Trank trinken. Wir haben noch einen. Natürlich. Dann kannst du den Fanny doch einfach kraftenbestimmt, oder? Bevor Boe mit ihm redet. Du, nicht. Das ist aber auch, ey. Fünfmal habe ich gewürfelt. Tja, wenn du noch einen Trank haben. Ja, wir haben noch einen. Das würde ich versuchen. Ja, dann gib mir den Trank. Ohne Trank. Nee, auch ohne Trank. Weil ich glaube, mit Tieren umgehen kann ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn ich nicht lüge, lass mich gucken. Äh, doch mit Tieren umgehen auf plus vier. Okay, dann let's go. A try. Brauche ich auch ohne Trank. Hallo, Feiny. Der beißt sich gleich. Dann beiß ich zurück. Also wir können ja wohl nicht sechsmal schlecht würfeln. Bei Bragus. Hast du Glück, dass ich... Komm schon, geile... What the... What the... Der beißt sich halt wirklich. Der beißt sich halt und riechen. M' egal. Mein Freund. Alter. So eine Sche... Ja, da... Also... Okay. Du siehst ein Name, etcht in die Leiter. Scratch. Oh. Oh. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. So ein Feiny. Das ist ein richtiger Feiny. He whines, but remains rooted by the corpse's side. Oh Gott sei Dank geht das noch. Das waren fünfmal in... Das war fünf Inni, oder? Das war einfach nur bitter. Das war ganz schön bitter, Digga. Hier, hier, hier. Wann der Gegenweg mit seinem Herrchen spreche? Ja, sprich mit seinem Herrchen. Sprich mit seinem Herrchen. Sprag ihn, was er für tolle Gegenstände hat. Achso. Oh mein Gott. Squatch, geh mit dem Frenk mit. Hm. Das können wir übernehmen für dich. Ein Zufall, dass wir da hinwollen. Tram. Trill. Also man hat nur drei Fragen. Wo sind die Briefer? Ja, das war in dem Film, war das so witzig mit den Fragen. Ja. Und haben die den einfach sitzen gelassen? Das waren erstaunlich viele Fragen. Fünf glaube ich, ne? Ja. So. Ach, er hat die Briefe dabei. Ja, nice. Sehr gut. Okay, also Gnolle suchen. Wo müssen wir hin? Ah, wir können doch hier rüber. Ich glaube, hier geht es zu Karlach tatsächlich. Hm. Ja, 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 ja. Rechts. Ich habe hier ein paar rote Pilze gefunden. Möchtest du kosten? Nein, danke. Oh. Hm? Wo wir gerade hier sind. Äh. Kommt mal kurz mit. Hast du mich gerade ins Wasser geschubst? Sache mal. Hier. Das da. Das braucht Bo. Das ist krank. Das Item ist krank. Oh mein Gott. Was the... Das da drin? Ja, ja, ja. Aber nur wenn du klaust. Weil sonst gibt das Minus Charisma. Äh, ja. Das ist wirklich krank. Was war denn da? Heimlichkeit. Werd... Ja, uh. Hier in dem... In dem Spiel. Das ist ein Ring der G plus 2 auf Stealth und Slide of Hand. Aber auch Minus Charisma. Ich habe es gerade erstmal eingesteckt. Ich brauche halt mein Charisma eigentlich. Aber vielleicht kann ich... Na, wenn du was aufmachst. Wenn du was aufmachst oder klaust. Ja. So, lass uns erstmal zu Karlach. Ja. Sehr viel Blut hier. Moin. Karl. Ein Dämon. Ich stehe auch neben dir. Ich bin die letzten Stunden mit dir umgelaufen. Ein weiterer Dämon, Bo. Und nicht in acht. Nein. Noch jemand. Können wir davon zwei ertragen? Is he still on my tail? I'm embarrassed for him. You with the so-called Paladins of Tyre? Or straight from the grand high devil herself? What? Ich finde, Haraldo und Karlach würden ein gutes Paar abgeben. I'm no devil. And you're no bounty hunter. I saw you before on the Mind Flayers ship. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies. As you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. And Randy Orton kommt raus. I'm assorted. But alas, no joy. I'm Karlach. And you are... Ich bin... Haraldo. Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Oh. Oh. A little background. If your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing Demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. Oof. I played along until I could get the fuck out of there. Took me ten years to properly escape. But now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of tears. Want to help me take them down? Boah, was? Äh, ja. Das ist das erste, was er verstanden hat. Fuck yes. They cornered me outside the Tollhouse, just up the hill. Don't they've gone far after the scorching I gave them? After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? Klar! I'd hug you, if it wouldn't scorch your skin off. You know, I'm up for it, but your party's a little full. Vom Paladin-Rechtschaffen zum Oathbreaker zu lassen, man ein paar Paladine treten. Ey, es gibt nur Oathbreaker, es wird nicht schlimmer als Oathbreaker. Oh, hier ist ein Rucksack. Gift, Öl, Alchemistenfeier und Pfeil des Eises. Ich glaube, die da oben sind noch ein bisschen, also sind ein Level über uns, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Egal. Oh, was? What could possibly go wrong, right? Wir sind Level 5, wir sind Level 3. Oh. Ja, das ist, äh, der wird uns fressen. Also, wir, like, wir können das versuchen, aber dann müssen wir actually nachdenken. Also, ich glaube, wir sollten zu den Goblins erstmal. Ich glaube, wir kriegen das hin, wenn wir uns ansteigen. Der ist zwei Level über uns. Ja. Wir können auch erst zu den Goblins. Ja, lass uns abstimmen. Also, du sagst, du willst da hoch. Ich sag, wir haben eine Chance, wenn wir uns anstrengen. Okay, ich sag, äh, lass uns zu den Goblins gehen. Ich bin auch mit Goblins, weil der mich schon ein paar Mal verprügelt hat. Ah. Na gut, dann lass uns zu den Goblins gehen. Besonders auf der Schwierigkeitsschufe. Ich mach jetzt hier kein 2-2. Was ist denn da hinten? Das ist doch auch diese, warte mal. Äh. Was war denn das hier? Ach, nee, das war eine geschlossene Höhle. Okay, dann müssen wir zu den Goblins. Ich glaube, da müssen wir zurück. Wir haben auch hier die Gnolle direkt vor uns. Oh, warte mal. Welches Level waren die? Die sind voll machbar. Ja, ich glaube, wir auch. Lass uns die Gnolle machen. Level up und dann passt das. Oh ja, stimmt. Ah, okay. Ach. Das bisschen Blut da vorne. Ich hör's das alles gerade. So, warte, warte, warte. So, seid ihr soweit? Ja, dann komm mit. Du darfst da nicht da hinten rumstehen. Ja, Entschuldigung. Ich werde noch an Blümchen gucken. Ich glaube, die verwandeln sich sonst ins Gnolle, ne? Hm. Ich versuch dich nicht zu übergeben. Okay, Nahkampfangriff, solange die Kreatur verletzlich ist. Bei Bragus! Snow? Würde, würde Whole Person of Gnolle funktionieren? Weil die gerade sagt, die Human-Oids. Die hat gesagt, ja, dass das irgendwelche Human-Oids sind. Äh, dann ja. Human-Oids Creatures. Okay, nochmal raus in die Wasser. Oh, 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 oh. As the life fades from her eyes, the gnolle within her dies, too. Stillborn. Gut. So. Das riecht, wie das hier riecht. Da müssen wir hinterher, ne? Den müssen wir, wenn wir den nicht ein, dann holt er seine Freunde von oben. Hm. Okay. Warte mal. Okay. Ich wollte nur sagen, ich komme ohne Probleme ran. Also, das ist eh zu schlau für Dings. Das ist hier das Laugh da. Dann do your thing. Okay. Der holt jetzt keine Freunde mehr. Nice. Good job. What? Very nice. Welche? Welche Hygiene holt Hilfe? Das ist eine gute Frage. Blut follows me here. Brabragos! Brabrabrabragos! Advantage und fehlgeschlagen. 91% Hit-Wahrscheinlichkeit, Digga. Da habe ich bestimmt eine Eins. Was habe ich denn gewürfelt? Warum sehe ich das nicht? Das ist sechs. Wo sieht man das? Wenn du einen Chat-Log auf das Wort Mistklicks oder was haben wir? Ähm, what? They're coming. They're coming. Äh, wie haben die? Wie, warum sehe ich nicht? I guess, die sind, ähm, die patrouillieren da oben. Die gehen manchmal nach oben und nach unten und Sascha haben sie wahrscheinlich gesehen. Ist die einzige Erklärung. Ich bin so weit weg. Schau dir das mal an. Ja, ist, äh, wirklich weit. Das ist wirklich, also das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, ne? Yeah. Okay. Egal. Ist wie das? Also, wenn die jetzt kommen, äh, dann müssen wir hier unten auf jeden Fall, bleiben wir hier unten auf jeden Fall. Naja, lass uns hier auch zusehen, dass wir die hier unten wegkriegen, dass wir hier noch mehr dazu kommen. Die Archer schießen dreimal und wenn die von Highground schießen, ist das ganz schön böse. Okay, dann müssen wir, dann lass die aber auf den Blickrichtung erst mal, weil die spurten jetzt. Aber das kriegen wir hin. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, Lain sollte sich noch um den, der liebt, kümmern auf jeden Fall. Right? Da liegen zwei. Zwei sogar noch. Oh, warte mal. Ah, jo. Hier ist der Explosive, da müssen wir auch aufpassen. Ähm. Schieß auf die hintere, damit du vielleicht nicht da so weit rennen musst in die Feuer-Totkriegner-Reide. Hm. Ich könnte... Ich könnte... Super. Oh, leil. Ich könnte den vor mir natürlich auch probieren und auch noch auf den aufgeblähten schießen. Ja, das... Oder soll ich lieber auf den vor mir prübeln? Also, wir müssen diese Runde nutzen, ansonsten haben wir gleich zwei Nolle mehr. Der da muss sterben. Der muss sterben, ja. Der da? Der muss sterben. Gut, jo. Okay. Dann muss ich den... Wenn ich den hier hinten wegmache, der ist ganz zum Schluss dran. Ja. Aber ich muss den wegmachen. Ja. Alter. Das ist ja unfassbar. Ich seh immer noch nicht, was ich... Du hast ne... Sechs gewürfelt. Schon wieder? Ich seh das gar nicht. Das ist so weird. Wenn du... Du musst nur über Haraldo Mist bloated Hayena havern und dann müsste das da stehen. Ah ja, hier. Ich hab ne Elf gekriegt und ich hätte ne Zwölf gebraucht. Okay, ja, jetzt wird's unangenehm. Aber einer mehr ist nicht so schlimm, das schaffen wir trotzdem. Sagt der, der ganz hinten, hinter dem versteckten... Aber ich kann auch nötig auch nach vorne rennen, aber ich bin halt Sorcerer. Nein, 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 ich sag nur... Ähm... Ähm, ja. Okay, ich teste mal was. Ist das der richtige Zeitpunkt, was zu testen? Ja. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Aha, ja gut. Immerhin, Ena. Sweet. Ich wollte beide aus First Man, aber einer ist gut. Jetzt könnt ihr den Permak ritten. Dann geh ich da schon mal hin. Dann geh ich da schon mal hin. Alter. Ich muss halt weg jetzt, damit die meine Korn nicht brechen. Ähm... Ich mach heulisch Rebuke. Huch. Sehr gut. Oder es ist auch gut, dass der da kommt. Okay. Nein! Oh, you're shitting me, no. Oh, no. Ich kann es nochmal machen. Warte. Okay. Äh, ja. Ich warte. Ich bin aber lower pain, ne? Ich hab dich geheilt, Mann. Ja, ja, ich bin geheilt worden. Ich bin geheilt worden. Ich hab dich ein bisschen geheilt, weil dir ein bisschen was bringt. Oh Gott, der hat es geschafft. Cutting Words. Let's go. Oh, Kopf einziehen. Oh, wow. Sehr gut. Okay. Shatter, ne? Das war ein richtig wilder Shatter. Yes. Der da hinten liegt da jetzt erstmal und lacht. Ich hab keine Bonusaktion. Ach, viel. Batman. Ich brauch, äh, boah, ich hab nicht viele Spell-Slots, deswegen kann ich da nicht so viel. Die haben auch nicht so viel AP, wenn du die triffst, dann... Ich versuch mal, einen zu treffen. Okay, der ist down. Äh, ich push mal für den hier oben. Oder? Ja, mach gerne. Das ist der Opportunity Deck. Das ist gut. Weil, weil der ist ja disadvantage dran. Weil das ein Ranger ist. Okay, ich bin jetzt an ihm dran. Ja, der hat mir disadvantage dran in eine kritische 20 gewürfelt. Ich, äh, bin gleich bewusstlos. Halte durch! Ich versuch dem hier oben nochmal, sechs Schaden reinzudrücken. Nein! Der hat sich geheilt. Vor allen Dingen hat der sich geheilt. Mit ner, mit der Action. Also, das ist schon wild. Ähm. Hm. Also, wenn ich, wenn ich, puh. Ja, ich warte erstmal, bis ich hier... Ich warte jetzt noch ein bisschen. Komm schon. Okay. Ich kann das machen, dann musst du dann, äh, dein... Bitte? Ich kann den unten killen, dann musst du... Ja, dann greife ich oben an. Aber es kann sein, dass ich gleich bewusstlos gehe. Zumindest nochmal disadvantage jetzt. Kann ich nicht tun. Geheilt hab ich dich. Ein bisschen. I try now. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, Digga. Ein D6. Die Chance ist da. We try. Let's go. Ja. Der hat ein HP. Okay, das reicht mir. Say no more. Good job. Okay, ich würde dann jetzt mal nach unten laufen, ja? Ja, was heißt? Komm ruhig bis. Komm zurück. Ich hab ein bisschen Schaden genommen, aber ich musste weg, der jetzt von dem. Und ich geh an den Noll hier unten ran. Der ist tot. Nee, der liegt. Der lacht nur. Der ist nicht. Der ist nur... Der hat nur... Ach, der da. Okay. Sascha, du hast Dings benutzt. Okay. Gerne. Ähm. Oh mein Gott. Ein HP. Ich hab ein HP noch. Okay. Hä? Ich renne hoch zu dem. Will einer von euch irgendwas vorher machen? Nee, mach mal. Ich guck dann, wie viel noch nötig ist. Okay, alles klar. Ich muss mich kurz gucken. Das wäre Schubsen. Thank you. Alter. Beides hat er gedodget. Okay, ich glaube, ich hab als Bonusaktion noch... Nen... Heiltrank. Nichts getroffen. Nichts. Und als Action hol ich mir den hier. Das... Der hat... Na gut, sehr viel. Bist du noch am Lachen? Der ist immer noch am Lachen, ja. Für 10 Runden ist der am Lachen. What the fuck? Was? Wieso treffen wir den nicht? Du kannst den, äh... Wie? Jedes Mal, wenn du Damage kriegst, wiederholen. Er hat einfach nur Pech gehabt. Ich bin down. Dieser... Trotz der ganzen Heal. Ach. Ja, ja, ich bin down. Ey, die hier oben sind übelst krass. Also, die sind wirklich tough. Ich hab ein, äh... Wurf verloren. Aber wir können den ja einfach aufhechten, glaub ich, oder? Er kommt noch Spaceblocks zum Heilen. Dann hat er nicht bloß einen abheilt. Dann könnte es sinnvoller. Mh. So, zuerst noch? Ich kann nicht gut sein. Ja, das ist... Auf Tactician ist das was anderes, Alter. There we go. Ja, tot. Ja? Gut, dann haben wir's. Ja, ja, der Junge ist tot. Ja, hier unten nickt noch einer. Wo ist los? Äh, der hat's geschafft. Ähm... Aber er hat bloß die Möbel hier. Ja! Er hat's geschafft und er kriegt einen Pfeil in irgendetwas. Let's go. Okay, ich muss mal ganz kurz ne Short Rest reinballern. Ich hab nicht mehr so viele Space Loads. Ja, dann müssen wir gleich... Ich glaube, ich würde auch demnächst mal den Song, die Short Rest Song aufbewahren. Und wir können mal den Kallik auch im Kampf benutzen. Ich mach trotzdem erstmal ne Short Rest, weil das so oder so... Ja, ja. Aber den Song im Kampf, ne Short Rest ist natürlich big. Hier in Ordnung, glaube ich. Die können wir mitnehmen. Kein Level Up? Nee, das ist tatsächlich... Warte mal, wie stehen wir denn eigentlich? Wir haben die Hälfte erst zum nächsten Level. Ja, stimmt. Aber ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Nachdem wir gelootet haben, was hier los ist. Ja. Können wir machen. Gerne, gerne. Lieferbefehle. Oh, Wurst! Mit dem kann man sprechen. Mit dem kann man sprechen. Ah ja, stimmt. Die Kette. Die Kette. So, cool. Ist egal, ist egal. Wir wissen, wo er sein wird, zumindest. Was ist mit der Truhe passiert? Rugan. Rugan. Protektet it. Took it. Muss sie in der Hülle wahrscheinlich haben. Ja, ja. Da wird die Kette. Ja, ja. Gut. Schnell mal vor, so ein toter Körper, der vor dir anfängt, dir zu erzählen, was die letzten Gedanken seines Lebens waren. Alter, wie gruselig einfach. Auch einfach mit den, mit den grünen Augen und so, äh, mein, mein Bade. So in der Arze, Akku aus meinen Necrotic Wounds übrigens. Meiner Vorstellung, Snow. Oh Gott. Also so grün, diese grünen Leuchten überall. Das ist eigentlich voll krass für Leute, die Morde aufklären. Total. Das gibt's ja tatsächlich auch.